Das ist ein Finale-Pei! Tach, ihr Fickfressen! Ich bin heute hier auf der Gammes.com 2015. Ich wurde von den BATIV-Jungs einfach mal mitgeschleppt. Natürlich habe ich meine Maurer-Brause wieder am Start. Was guckst du denn so? Geh weiter! Spinner, komm! Ich weiß natürlich nicht, was die da wieder spielen hier. Das kenn ich gar nicht. Was soll das sein? Was soll das sein, Final Fantasy? Was interessiert ihr euch denn alle dafür? Dreh dich um! Ich habe jetzt langsam schon die Lampe an. Das ist jetzt mein drittes Bier hier. Das ist meine Area. Das ist meine Area. Das ist Nintendo. Das ist noch klasse! Bitte nicht durchs Bild laufen, ohai-O-Pei! Geh weiter! Hör mal! Guten Tag! Gibt es dir Freibier oder was? Ja, hoffe ich doch gleich, oder? Ich glaube, wir müssen uns mal hier anstellen, oder was? Hallo! Guten Tag! Kennen wir uns? Hey, hey! Darf ich mich vorstellen? Danke! Ich bin jetzt als nächstes dran. Der gute Herr hat mich jetzt hier vorgelassen. Darf ich denn mit meinem Bier hier rein? Nein! Oh, ey! Das ganze Bier schlägt auch mal. Ich muss erst mal richtig Wasser lassen hier. Richtig pissen muss ich so. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Oh! Oh! Da sind die Toiletten hier auf der Gamescom, liebe Freunde! Hallo! Ist jemand hier? Was ist denn los hier? Hier ist eine Stimmung wie auf dem Friedhof hier. Hände waschen ist überflüssig, Leute! Hier laufen, mein Freund, hier laufen ein paar Gestalten rum. Nur das ist nicht mehr zu glauben hier. Was ist hier los? Keiner will mit dem Harald mal ein Interview führen hier. Aber eines sehe ich hier, Freunde! Eines sehe ich hier! Und das ist Enmas Titten, Titten, Titten! Wir sind hier jetzt in der Retrohalle, meine lieben Freunde! Und... Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier noch was aus meiner verkorksten Kindheit finde. Schmusi! Okay! Guten Tag! Habt ihr auch eine Maurerbrause hier? Ja! Maurerbrause! Ja! Ja, weil ich Durst habe. Aber da ist doch kein Schuss drin! Dann muss ich wieder zur Tanke laufen. Boah, Leute! Das ist das einzig Wahre! Das einzig Wahre! Also... Also hier, das ist wie in meinem Kinderzimmer hier! In meinem alten, meine lieben Freunde! So! Das geht ja gar nicht! Danke! Geil! Was ist das denn? Ist das Kölsch? Willst du mich vergiften oder was? Ach du Scheiße, du! Das ist nicht wahr hier! Hör mal! Ja, junges Fräulein! Wissen deine Eltern überhaupt, wie du hier rumläufst? Ja! Ja? Und was sagen die dazu? Gar nichts! Du solltest dich mal ein bisschen wärmer anziehen! Das geht auf die Nieren, hör mal! Ach Quatsch! Wenn du das sagst, dann ist das so! Viel Spaß noch! Du Zuckerpuppe, du! Ja, liebe Freunde, ne? Das war heute der Tag von der Gammeskomp! Ich danke nochmal den Jungs von ButTV, die mich heute hier mit hingenommen haben! Die Plöre, die sie mir hier gegeben haben, war scheiße geschmeckt, ne? Dann muss ich wieder zum Kaufpack gehen! Aber jetzt, das ganze Saufen macht hungrig, liebe Freunde! Jetzt holen wir mal was zu essen! Einmal Assi Schranke, Rot-Weiß bitte, ja? Aber Kindertüte! Danke! Tschö! Row выполgen! talking auch Ton 4 theatre 3 2 1 1 2 3 1 Boot 3 1 2 3